Zeit für was Neues. Hallo Leute und willkommen hier bei mir AppleCat. Ja, Zeit für was Neues heißt für mich, Zeit mal eine Apple Watch zu reparieren. Das habe ich nämlich bisher noch nie gemacht. iPhones habe ich ja in großen Mengen alle möglichen Modelle bereits repariert. Akkus, Displays und so weiter, alles mögliche ausgetauscht. Aber bei so einer Apple Watch, da habe ich mich bisher noch nie dran getraut. Und das wird sich heute ändern. Also ich habe ja hier die Apple Watch Serie 5, dann hier die Serie 3. Die funktionieren beide. Und hier habe ich eine Apple Watch der Serie 2. Und zwar die kleine 38mm Variante. Hier hinten steht es irgendwo auch drauf, dass man das sehen kann. Genau hier oben 38mm Stainless Steel und mit Saphir-Glas und hinten drauf mit Keramik hier über den Sensoren. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Modell, wo aber direkt schon auffällt, Meine Güte, ist die klein. Wenn ich das mal hier so vergleiche, die Serie 5, 44mm. Moment, da muss ich nochmal rauszoomen. Also hier Serie 5, 44mm und die Serie 2 dann nebendran mit 38. Gott ist die klein. Die größte und die kleinste Apple Watch, die man kaufen kann. Also, wir schauen dann mal. Die sieht so einmal von außen noch sehr, sehr gut aus. Natürlich hier ist ein 4-Klasse-Display, da ist kein Kratzer drin, gar nichts. Das Stainless Steel, also der Stahlrahmen, der hat natürlich seine Mikrokratzer abbekommen. Aber wenn das hier alles klappt mit der Reparatur, dann werde ich das vielleicht auch nochmal ein bisschen aufpolieren. Und hinten sieht sie auch noch gut aus. Aber, ja, die gibt keinen Piep mehr von sich. Als Info habe ich bekommen, sie ging einfach irgendwann nicht mehr an. Okay, dachte ich, kaufe ich das Ding mal. 30 Euro hat es gekostet bei Ebay. Und in der Hoffnung, dass nur der Akkudefekt ist. Denn ich habe mir hier schon einen neuen Akku besorgt. Da ist er, Lithium-Polymer-Battery mit einer Leistung von 0,78 Wattstunden. Also 205 mAh. Kleines, kleines Akkuchen. Und man sieht schon, wenn man es hier so drauf legt, das nimmt dann so etwa die Hälfte des Platzes schon weg. Und ich hoffe wirklich, dass nur der Akku defekt ist. Und den wollen wir heute zusammen austauschen. Dafür braucht es dann auch ein paar Hilfsmittel. Unter anderem, da habe ich Respekt vor, ja, hier sowas, ein Skalpell. Denn es wird nicht einfach werden, in die Uhr reinzukommen. Das Display ist ja hier verklebt mit dem Gehäuse. Und mit dem Skalpell muss man dann hier später in diesen kleinen, kleinen Spalt hier reinkommen. Zwischen Display und dem Gehäuse. Um dann eben das Gehäuse und das Display zu trennen. Da habe ich sehr großen Respekt vor, vor diesem Schritt. Aber bevor dieser Schritt dann kommt mit dem Skalpell, brauchen wir noch den Kollegen hier. Ein Heißluftfön. Ihr könnt natürlich auch so ein aufgeheiztes Kissen, wie es von iFixit zum Beispiel gibt, geben. Dass man dann hier drauf legt und das dann die Uhr gleichmäßig erwärmt. Ich werde das hier mit dem Heißluftgebläse machen. Immer schön rund gehen und dann hoffentlich den Kleber hier unten drunter so weit lösen, dass ich dann auch hier mit dem Skalpell reinkommen kann. Und dann später, sobald ich dort einen Spalt gefunden habe, dann hier mit so einem kleinen Pick dann reingehe. Und dann rundum dann das Display hier ablöse. Hoffentlich ohne, dass irgendetwas beschädigt wird. Und danach schauen wir mal weiter. So sieht also der Plan aus. Und ich rate euch, ihr könnt natürlich dieses Video gerne schauen. Aber wenn ihr sowas selbst mal machen wollt, geht auf iFixit. Die haben ja nichts gesponsert oder so. Aber die bieten eben gute Reparaturanleitungen, unter anderem für die Apple Watch Serie 2. Und sie sagen, Schwierigkeit? Ja, schwierig. Also, wir schauen mal. Kriegen wir schon irgendwie hin? Ich lege jetzt mal los, werde das Ding hier erhitzen und dann schaue ich mal, ob ich hier gut reinkomme. Und vor allem, ob ich hoffentlich alles hier auch beschädigungsfrei abbekomme. Also, drückt mir die Daumen, wir legen los. Und das ist oft der Part, der in anderen Anleitungen ausgespart wird. Aber ich zeige es euch hier. Ich habe das mehrfach machen müssen. Erhitzen, versuche mit dem Skalpell dazwischen zu kommen. Wieder erhitzen, bis die Uhr richtig, richtig heiß war. Ich habe dann Handschuhe anziehen müssen, weil ich sie nicht mehr festhalten konnte. Und dann bin ich endlich hier mit dem Skalpell zwischen Rahmen und Display reingekommen. Und habe dann gemerkt, dass ich da ein kleines Millimeterchen reingekommen bin. Das Skalpell dann leicht nach rechts kippen, sodass sich das Display dann leicht abhebt. Und wenn der Part geschafft ist, Freunde, dann habt ihr das Schlimmste schon geschafft. Dann nimmt man hier das Plastiktool, geht dann zwischen Rahmen und Display und löst dann den restlichen Klebstoff einfach auf. Wenn es nochmal zu fest wird, einfach nochmal ein bisschen erwärmen und dann geht das schon. Und hier kann man schon schön sehen, dass dort Rahmen und Display sich gelöst haben. Und dass da aber noch was dazwischen hängt. Das ist nämlich einmal die Klebeschicht und der touchsensitive Bereich des Rahmens. Quasi das für den 3D-Touch zuständige Sensorenkabel. Und wenn das noch hier am Display dranhängt, wie bei mir, dann solltet ihr das auch sehr vorsichtig dann einmal ablösen. Es gibt aber auch Reparatur-Kits, wo dann gleich so ein Kabel mit dabei ist. Aber ich sage mal, wenn nichts kaputt ist, dann muss man es auch nicht austauschen. Das war nicht einfach, aber ihr seht, ich habe es geschafft. Ja, Display und Gehäuse sind jetzt schon mal getrennt. Auch hier dieser Force-Touch-Gasket, also diese druckempfindliche Dichtung, die ja rundum geht, die muss man dann nochmal hier lösen. Wenn die noch hier am Display dran ist, vorsichtig die dann auch ablösen, damit später auch noch Force-Touch, also dieses feste Drücken, dann registriert werden kann. Jetzt muss ich doch nochmal kurz schauen, wie ich jetzt hier das Display beschädigungsfrei hier abgekoppelt bekomme. Aber bis dato war das echt schwierig. Dann sollen wir, wenn das Display gelöst ist, das vorsichtig eher so nach links bewegen, sodass wir es hier so runterhängen lassen können. So, und dann haben wir hier einen Blick in die Apple Watch, ja, der Serie 1. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. So kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Also hier haben wir das Teil, das ausgetauscht werden soll, der Akku. Hier haben wir die Taptic Engine, die für die Vibrationen zuständig ist. Hier am Rand sehen wir das schwarze, das ist einmal die Klebefläche mit dem Dichtring und dort ist auch die druckempfindliche Dichtung quasi drin, die dann diesen 3D-Touch registriert. Hier haben wir nochmal die digitale Krone. Ich drehe die mal ein bisschen, dass man dann sieht, dass sich da wirklich was dreht, aber nicht wirklich verbunden ist. Wird wahrscheinlich über Magnete gelöst oder sowas. Na ja, auf jeden Fall, ja, der Akku, der muss erstmal raus und dann muss ich erstmal schauen, ob hier mein Ersatzakku da auch reinpasst. Na ja, wir schauen mal. Jetzt kommt so ein kleiner, schwieriger Part. Wir müssen jetzt hier so ein kleines Plektrum holen. Das am besten ein bisschen zuschneiden, dass man es hier unter den Akku drunter bekommt. Ich probiere es mal aus und sage euch dann, wie das Ganze funktioniert hat. So, da haben wir den kleinen Akku draußen. War gar nicht so schwierig. Unten drunter kann man jetzt auch sehen, was für ein Chip da drin ist. Das ist der S1 Chip oder das S1 Socket, wo die ganzen Chips hier drin verbaut sind in der Apple Watch. Der Connector ist hier so ganz klein an der Seite. Dort konnte man das sehen. Und ich bin ganz stolz, dass ich ihn rausbekommen habe. So sieht hier der Connector des Akkus aus. Einmal bitte scharf stellen und wir vergleichen direkt mal, ob das hier passen könnte. Ja, also vom Connector her würde ich sagen, könnte das Ganze doch schon passen. Ja, unten drunter haben wir dann auch hier nochmal die Klebeschicht, die wir dann abziehen können. Okay, okay, okay. Also, sehr aufregende Sache das Ganze. Vor allem weiß ich ja noch gar nicht, ob hier wirklich nur der Akku kaputt war oder sonst irgendwas. Also, ein ganz großes Fragezeichen Reparaturziel haben wir hier. Ob das klappen wird. Aber das richtig Schwierige, glaube ich, wird jetzt erstmal hier den Connector nochmal sauber da drauf zu bekommen. Also, da hinten auf den, ach Gott, auf den kleinen Anschluss hier. Das ist eine ziemliche Fummelei, weil das, naja, wir schauen mal, wie es geht. Irgendwie kriege ich den da schon drauf. Dann legen wir den Akku mal rein und schauen, ob die Uhr irgendein Lebenszeichen von sich gibt, bevor die nochmal ordentlich zugeklebt wird. So, Leute, der neue Akku ist drin. Er ist auch angeschlossen. Das ist eine echte Fummelei, den Anschluss da wieder hinzukriegen. Denn man muss ja hier hinten in dieses kleine Steckerchen, da muss das Ganze drauf. Also, mein Tipp, den kleinen Stecker hier, der ist an so einem Flexkabel dran, hochbiegen, sodass er dann hier an der anderen Seite rauskommt. Dann den Akku anschließen und alles zusammen nochmal hier reinlegen. Ja, ansonsten kriegt man das, glaube ich, nur ganz, ganz schwer hin. Also, Akkuaustausch, der ist geglückt. Das ist schon mal hier die gute Nachricht. Dann würde ich jetzt eigentlich nochmal hier so eine neue Klebedichtung einmal hier rundherum drauf machen. Die gibt es auch zu kaufen, kosten, weiß ich, 3, 4 Euro. Und dann kann man hier das Display einfach wieder drauf packen, das Ganze schön festdrücken. Und dann hat man wieder eine Uhr, die funktioniert. Aber, naja, die hier funktioniert leider nicht. Sie lässt sich weder einschalten noch über das Ladegerät aufladen. Sie reagiert einfach überhaupt gar nicht. Da habe ich mich einfach verkalkuliert. Da war wohl doch nicht der Akkudefekt. Die Uhr hat irgendeinen anderen Defekt. Schade, hätte ja funktionieren können. Das heißt, die landet jetzt als Ersatzteilspender wieder bei Ebay. Und ich habe zumindest mal an der Apple Watch rumgefummelt. Und ich habe quasi eine kleine Reparatur gemacht. Auch wenn es keine erfolgreiche Reparatur leider war. Aber dennoch, ich habe was gelernt. Es war interessant. Ich hoffe, für euch war das Ganze auch interessant. Das ist der Akkuaustausch nicht bei der Apple Watch Serie 2. Ne, bei der Apple Watch Serie 1. So funktioniert es, Freunde. Und ja, viel Erfolg. Ich hoffe, bei euch klappt das Ganze dann besser. Aber so ist das bei Ebay-Käufen. Ja, man weiß nie genau, was man bekommt und was kaputt ist. Egal, hat trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017